Ab dem 15. Oktober 2013 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die modernisierte Etagenwohnung liegt in Köln-Rehl. Das im Jahr 1960 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Bei einer Wohnfläche von ca. 47 m² beläuft sich die Warmmiete dieser Etagenwohnung auf 500 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.